Wenn du mal einen hättest. Hast du? Dann müssen sie aber so minzig sein, dass man die nicht sieht. Dann kannst du mich malen, ich herz mich malen. Eilig, ich muss gerade an Rosinen denken. Ein Stück Blättenplitter wäre jetzt geil. Oh man. Ich habe irgendwie gerade eher Bock auf Chips. Oder Erdnussferne. Oh geil. Da hin? Da war er glaube ich auch noch Frau oder? Bei mir nicht. Ja da unten, am Rand noch. Wo? Wo? Ja genau. Klatsch gleich auf. Ja hier und da unten noch, da wo wir eben waren. Immer noch? Hä? Achso da jetzt. Da wo Tobis Ding ist oder nicht? Ah Tobi! Mann du bist so ein Schwein. Tobi ist da ganz hinten. Ja. Ich habe eben noch bei Ebay reingeguckt. Arsch. Weißt du nicht, mich Arsch hat aber den Schildtrank, ne? Ich habe gar nichts. Hast du nicht irgendwas damit ausgekündigt? Nein, nur Granaten. Ich wusste bis eben noch gar nicht, dass das Donkey Kong Country auch für den Gameway waren. Doch. Sag doch nicht doch, ich wusste davor noch nicht. Ja doch, da gab's. Sag mal. Jetzt. Sehe ich zum ersten Mal, Donkey Kong Country 1 zu 2. Gibt du auch den dritten? Oh genau. So bei der dritte ist ja egal, der dritte der war ja richtig scharf. Ich weiß gar nicht, ich hab den dritten. Ja ich hab den dritten. Meines Erachtens noch gar nicht so. Ich hab den dritten. 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 Ja, da war gerade eben ein Gegner. Am geilsten ist ja der Spidey. Wo bleibst du denn? Genie, warte doch, bleib doch bei uns. Oh. Ich hab den dritten. Ich hab den dritten. Oh. Was? Gibt's hier noch irgendwelche Waffen für mich? Wohooo. Ich hab den dritten. Oh Gott, niemand. Verhör schnell. Ich verhör. Ich höre den Opsen. Ich höre den Opsen. Die kommen beide. Zu mir oder wie? Ja, ja. Du kommst zu dir. Es ist heiß. Ich hab nur nur dritten. Wowie? Ja, ich guck gerade nach Waffen. Es wird heiß hier unten. Okay, Salbensturm. Richtig hot. Richtig hot. Richtig hot. Richtig hot. so. Richtig hot. Richtig hot. Richtig hot. Richtig hot. Bin aufm Weg. Die roh hier. Richtig hot. Ich bin aufm Weg. Hier ist nicht der Hai noch, oder? Ja. Das wird doch stehen! Was ist von eure Hilfe? Unterwegs. Doppel-edig. Ich dachte, du brauchst unsere Hilfe. Boah, echt, ne? Ich bin wieder verarscht. Ja, das nehm ich. Ich mach den Akimbo. Oh, hier ist Mais. Manu, lass doch mal ein bisschen Linden über. Ja, was brauchst du denn? Also Sturmgewehr hab ich selber nicht. Das ist komplett leer. Ich glaub, mit keinem Wort. Das ist wirklich so. Ja. Und im Sommer schnallt das. Kommt drauf an, wo du bist. Ja, der ist von Deutschland, Mensch. Tobi, wir gehen langsam weiter. Ja. So. Lass mich mal hier nicht verrecken. So. Jetzt warten kurz. Ja, vielleicht nur noch die Muni. So. Ah, Leute. Ist das hier, ist das hier eigentlich Atlantis nachempfunden, oder? Nein. Ob ist das? Hm, keine Ahnung. Ja, das ist wegen Aquaman. Wir können... Lass mal hier so lang. Ja, wir müssen erstmal warten. Aber Aquaman ist doch schon voll, dann nämlich mal aktuell. Ja, das haben sie ja auch gemacht, wo der Kino von rauskam. Jetzt weißt du mal, wie lange das Teil in Deutschland steht. See, see. Wie lange dein Teil steht? Was? Ihr seid solche Schweine. Hä, wieso ihr? Was? 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 So viel zum Thema. Gegner, 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 Gegner. Oh, ich wollte gerade die Dinger nehmen. Seht ihr mal, wie weit weg ich bin? Gegner, Gegner. Gegner, versuch. Oh. Oh, shit. Der hat gesessen. Der eine ist fast tot. Scheiß Baum. Wo sind denn die Gegner? Lol. Au! Manu! Tobi, komm vom Haus da weg und komm her. Ja, warte, ich muss erstmal saufen. Hügel hoch. Ah, Achtung, er kommt, er kommt von hinten. Au! Manu! Wir sind hinterm Stein. Hügel hoch. Oh, ich hab' den Eifen. Ich hab' den Eifen. Ich hab' den Eifen. Oh, wir sind gut. Was? Was? Ich hab' den Flur, ja. Ich hab' den Eifen. Ja, wir teilen, ne? Oh, was? Ich hab' den Eifen. Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Wir müssen Neustadt-Parte auf uns sammeln. Oh, da oben sind noch welche. Oh, du bist bereit, hier wird geschossen. Warte, lass doch das mal heilen, komm her. Ich hab zwei Medikits. Ja, dann geh her, schnell, schnell, schnell. In der Stadt ist ganz viel los, da wird keiner umgeballert. Der müsste aber trotzdem laufen. Tobi hat ja auch nicht genug Minis. Nö, ich hab erst neun. Ich will ja 50 erreichen. Tobi, geh nicht durch das Ding durch. Ja, nicht durch das Ding. Da ist einer rausgelaufen. Wo? Ja, bei Tobi. Ja, hier. Alter, das klingt einfach mal hier so ein Ding. Okay, Manu? Nimmst du die Minis wieder? Nö, Tobi will nicht außen rum, er geht gleich durch. Bist du wahnsinnig! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lauf! Jetzt lauf! Alter Genie, du Arschloch! Was ist denn das überhaupt? Gano! Ah! Ist mir egal, jetzt lauf, renn doch! Genie ist ein hinterhältiges Frätzchen. Gib mir ein Sturmgewehr, dann kannst du es haben. Am Arsch. Ich hab's dir angeboten. Lauf mal lieber. Oh, hinten fahren sie. Ich lass einen fahren. Oh, aber dann geh bitte hinter mich. Und nicht vor mich. Du läufst direkt durch meine Wolke. Ja. Ich glaub, ich muss gleich kotzen. Riechst du das schon? Ja. Es duftet nach Weihnachten, ne? Nach alten Äpfeln und Nüssen. Ja, nach vergammelten Äpfeln. Am ehesten kann man das so beschreiben, es riecht so, als würdest du innerlich verwesen. Nicht ne Pferde Äpfel. Nein. Schlimmer. Du hast dich hoch, oder? Ja, wenn es sein muss. Oh, danke. Ja, Auto, Auto, Auto. Oh, 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 ist aufgestiegen. Oh, ist aufgestiegen. Oh, Auto. Oh, Auto. Oh, Auto. Achso. Oh, wir sind noch nicht in der Zone hier. Ah. So. So, jetzt. Ich dachte aber auch. Also, ein wenig. Aua! Mamo, komm hoch. Achtung, die kommt, die ist immer noch da an der Seite. Wow, hier sind Gegner hier oben. Okay. Hier. 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 Markier's doch. Hier. Oh, das war einer. Toll, jetzt ist ein ganzer Lut runtergehoppt. Ach, da. Achtung. Dort. Höh. 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 Wohin mich. Ah. Die sind doch noch da am Gange. Leute. Höh. 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 Du, 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 du. Komm jetzt hier rein. Ja. Aufs Dach, aufs Dach, aufs Dach. Leute, Leute, Leute. Höh. Höh. Nein, nein, Leute, der eine ist tot. Komm, zu zweit. Jetzt komm. Wie hast du? Ich habe nur geprüft, dass du rotst. Tobi, schnell jetzt. Oben. Nein, nicht der. Tobi, schnell, hilf mir hoch. Warte, warte. Ja doch, wo sonst? Ist da überhaupt ein Neustartbus noch? Ich habe Sprungfläche. Warte, lass mich erst mal das Zeug einsammeln. Ihr müsst euch eh heilen. Ah doch, da stimmt, da ist noch ein Neustartbus. Heilt euch da erstmal. Oh Gott. Tobi, wo ist das Ding? Da. Oh, nun ist schneller. Jetzt sieht doch jetzt viel ab. Ne, geht. Hier, warte. Nein. Oh, einer, du trotzigst. Außen, du trotzigst. Jetzt mal nicht. Ne Maschinenpistole hätte ich noch für einen. Für Manu wahrscheinlich. Oh, okay, Richtung, äh, was ist denn das? Was ist da noch drin? Drei, zwei, drei, drei. Merci. Was, ich sag ihm, ich hab für ihn... Ja, ich bin angeschossen. Ja, selber schuld, was rennst du auch nach da hinten? Statt mit uns. Ja, entschuldigung. Lass doch mal locker, ich komm noch. Wir müssen da eh weg. Hier. Wie viel Schuss hast du? Hier, Manu. Manu, komm mal her. Ja, ich komm. Ja, ich komm mit. Hier liegt noch Loot rum von anderen Gegnern. Tobi, hier ist noch ein Medi. Ja, sammelt dann noch mal ne Ein. Oh, was ist denn da los? Oh, und hier sind noch Kleine. Bisschen weiter, ne? So. Hier ist ein Hordak. Ja, alle hatten die Saufkanone. Wir müssen aufpassen, die sind hier oben auf dem Bügel. Ich habe die Idee gedockt, die hören deine Sprache. Ja, die sind okay auf dem Bügel. Alter, zwei Gegner noch, ne? Zwei? Tatsache. Und wir sind zu dritt. Das ist vielleicht nicht mehr, wenn du mal da abhaukst. Ich habe nicht so einen Sniper, hat doch auch. Ich habe nicht so einen Sniper. Oh, einmal habe ich richtig getroffen. Oh nein, das kommt für ein Raptor her. Ja. Ja. Wo, wo? Ab, du musst es nicht. Hau ab, Mann. Oh, scheiße, es ist leer. Genie, ich habe noch nie einen Augen. Oh, der da ist ja fast weg. So, Tobi. Gibt mir einen Muni, Tobi. Wo ist der? Äh, Sniper. Habe ich nicht. Du hast doch eben gesagt, du hast. Sturm Muni, das ist Sturm Muni. Au, au, au. Au. Genie, komm rum. Okay, einer ist down. Leute, 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 Leute. Oh. Ich bin die wiederbelebig. Wolltest du hast? Hui. Den einen habe ich mit der Handgranaten weggekommen. Genau das gleiche wiederholen soll. Nein, ich war tot und Tobi hat mich gerade wollen aufheilen. Oder hat halt. Hatte, hatte, hatte. Hatte, hatte. Warte, hatte du dir da. Warte, hatte, du dir da. Warte, hatte, du dir da. Warte, hatte du dir da. Ich bin die Zander. Ich bin die Zander. Also hatte, du dir da. Ben, ich bin die Zander. Das war, ich bin die Zander. Das war, ich bin die Zander. Ich bin die Zander. Vielen Dank.